Was macht der Typ da? Facetron? Ja. Ah man, den wollte ich gerade hier chillen mit dem Analstöpsel treffen, aber nee. Komm, den jetzt aber. Au! Ach komm schon, ey, ich glaub wir verlieren übrigens, gell? Ach so. Ja. Ah, danke, dass du sagst. Ich weiß nicht, ob du's mitgekriegt hast, also ähm. Ah ja, ja. War jetzt nicht unbedingt so das Offensichtlichste. Hat mir auch nicht so aufgefallen eigentlich bis jetzt. Danke, dass du sagst. Ja, gerne. I shot you four times! So. Wie hieß der Typ, der mehrmals angeschossen wurde und immer noch lebt? Irgend so ein Rapper? Hab's vergessen. 50 Cent. Ich hab jetzt ganz kreativ respondiert. War das 50 Cent? Nein, es ist zu spät. Es kommt nicht mehr gut. Denk tritt er doch nur noch mit schusssicherer Weste auf. LOL. Mit Flag Jacket? Ja. Das Interessante ist, auf Deutsch heißt Flag Jacket kugelsichere Weste mit verhindert Explosionsschaden. Ja. Gut, 21 26 gespielt. Ich fühl mich gut. Ich dachte jetzt einfach mal nix zu. Ja, musst du nicht. Du warst auch nicht viel besser. LOL. Was war das denn? Was war das denn? Naja, aber sowas passiert ja. Auch den besten Pro-Gamern. Ja, a.k. dir. Mir passiert sowas andauernd. Ich muss ein ziemlicher Pro-Gamer sein. Ja, ich glaub auch. Autobalance vom Spiel, ne? Ja. Kann man eigentlich gar nichts gegen machen. Das ist einfach... Nein. Wir wollen nicht Turbine T-F-Match. Nicht? Nein. Ich schon. Oh, Jemen oder Drohne hatten wir ja alles schon. Seit mal nicht so unkreativ. Ja, das ist ja immer Plaza oder Raid oder so, aber nö. Palazza. Wir kriegen nicht mal ne gescheite Lobby. Turbine. Oh ne, die spielt schon wieder. Vielleicht haben sie gerade. Turbine. Random. Ja, okay. Ich stimme ab für Random. Wer ist denn der eine Typ, der da für Turbine stimmt? Oh nein, das stimmt nicht du. Leute, stimmt für Modus geheim. Karte geheim. Wie lange brauchst du eigentlich noch, bis du 55 bist? Eine Viertelstundenfolgen wirst du doch im Sommer noch nicht 55 sein. Tja. Mach mal lieber halbstündige Folgen oder einstündige Folgen. Ja, aber dann so viel produziere ich doch gar nicht. Ich hab doch gar nicht so viel Zeit, so viel zu zocken. Ich bin viel beschäftigter junger Mann. Scheiße. Ich kanns kurz zurückhalten, aber. Ganz kurz, aber nur. Ach ja. Probier das nochmal. Oh, Kai. Oh, die Musik gefällt mir. Kai ist gar nicht hier. Kai ist gar nicht hier. Die müssen wir auch mal spielen. Das wird lustig. Aber schon wieder die Mann. Der haut nach einer Runde ab, der Kai. Ja. Spiel ist voll scheiße. Ich spiele wieder Black Ops 1. Es rennt nur ein Messer-only auf Turbine Team Deathmatch rum. Denk ich mich dann auf. Und dann quittet er. Deswegen, weil... Was spielen wir eigentlich? Total ungewohnt ist das. Äh, hier kommt das. Okay. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Ich merk's. Wir haben die Kontrolle übernommen. Wie Kontrolle? Au! Böse, böse. Stille. Was? Stille. Keine Ahnung. Ich weiß, was ich sagen soll. Ich bin straflos. Was war denn das? Der Typ tanzt hier rum. Au! Und der hat ein Captain America Biohazard Schild. Ich hab's das Gefühl, LMGs sind auf dieser Map nicht unbedingt die beste Wahl. Allgemein nicht die beste Wahl. Au! Es ist so, als würdest du in die Gummibärchen-Tüte greifen, da kommt so ein scheiß weißes Bekurs. So, probieren wir doch mal auszuschneiden. Weil ich das ja so gut kann. Ah, hallo. Ein Gegner. Puff, 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 puff. Erwischt. So macht man das heute. Abschluss bestätigt. Oh, mit der Autosniper. Oh, Gott. Oh, Gott. Wer? Ich? Nein, der Typ, der mich gekillt hat. Warum lässtest du immer über Leute die gleichen Waffen benutzen wie ich? Was? Ich beginne ein Muster zu erkennen. Was nochmal? Wohin? Du lässt das immer über Leute die die gleichen Waffen benutzen wie ich. Hm. Wohin? Ich schalte gerade... Das hat doch nichts damit zu tun, dass du sie nimmst, sondern eher, dass du sie nimmst. Ah, okay. Wen nehm ich? Ähm. Niemand. Wohin? Ich schalte auf LMG Target Fighter um. Und du, ey, mal diese Noobs mit LMG Target Fighter. Ich schalte auf die Autosniper um. Eine Sekunde später. Ja, was fändest du auch mit den größten Noob-Kombos rum? Ich will zumindest zwei oder drei Kills machen. Scharfschütze ausgeschaltet. Wird aber damit nicht besser. Also meine KD wird besser. Auch nicht. Sie tut zumindest so. Es sind Fortschritte erkennbar, okay? Ah, Gegner! Boah, Alter! Zockt doch gleich vollautomatisch. Was ist das? Ich? Okay. Nein, der Typ nicht gekillt hat. Mit einer Autosniper? Ja. Also ich. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Was bin ich gekillt? Ih, jetzt habe ich voll auf meinen Bildschirm gespuckt. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Aber ich habe keinen Techniker drin. Was'n Scheiß. Das ist so ein Krüppel-Dreck in meiner Kiste drin. Techniker habe ich noch nie gebraucht. Ja, aber da kannst du die Kisten so schön mit umwürfeln. Wenn du die Kisten, die... Denn halt auch der Care Package. Das ist halt total random. Das ist doch scheiße. Wir nehmen lieber UAV, Counter, UAV und Lightning Strike. Ja, wenn du Techniker drin hast, ist es nicht mehr ganz so random. Ja, trotzdem ist es scheiße. Ja, aber ich krieg's wenigstens. Dann ist es doppelt random. Wow. Ja, und doppelt random ist weniger random. Weil random ist kleiner als 1. Total UAV ist genauso hoch wie das Care Package. Ja, und dann die Blitzschlaf, oder wie? Und bringt dir auch noch 10 Assist-Punkte, mit denen du dann nur kurz warten musst, wenn du jetzt mit UAV zusammenläufst und Lightning Strike hast. Ja, aber Care Package, dann macht doch jetzt mal was. Nicht so langseilig. Lass mich. Jetzt sehen wir doch nichts. Es gibt so viele Punkte mit Levels zu 10 mal schneller. Leveln? Wer will denn schon leveln? Let's Play ja gleich zu Ende. Ja, genau. Da bist du aufgemacht, aber nicht. Ja. Ja. Ah. Alter, was machst du da? Komm jetzt leer, du Sau. All im Ernst. Was war das? Oh Gott. Ja, da haben wir die MSMC, die liegt hier gerade so schön rum. Mit Laservisier. Äh, Laserpointer meine ich. Laservisier. Bullshit. Was laber ich da? Aber immerhin mit Blut-Camouflage. Oh, ich hab entdeckt, dass ich kein Flag Jacket hole. Ach, Flag Jacket, der braucht das. Techniker ist der Shit. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Wow. Ähm. Irgendwo fällt hier ein Auto rum. Ah. Ich muss was anderes zocken. Äh, zum Beispiel die da wieder. Ey, hat er da gerade eben echt einfach nur so rumgecampt? So einfach nur so. Becampt, ohne sich zu bewegen. C4. Nein, geh da weg, du! Vollidiot. Ich meine, das C4 war so eindeutig, es hat sogar rot geleuchtet. Wie konnte der das nicht sehen? Hast du gerade dein Mikro ausgemacht, damit du fluchen kannst? Nein, nein, ich hab's an. Ah, okay. Was hat dann so komisch gekloppt? Ähm, weiß nicht. Flop flop. Flop flop flop. Flop 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 flop. Flop flop. Flop 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 flopp. Flop 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 flopp. Flop 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 flopp. Flop flop. Flop 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 flop. Meine Fresse, Renni Spastisch jetzt schon wieder rum. Puff. Komm schon, hier muss doch irgendwer sein. Das häng ich mir gerade auf. Aber! Neh! Dann ist der Hainu hinter mir. Wo ist er hin? Schätzeleinchen. Ist weg. Klasse. Komm schon. Okay, na da. Es ist... Ich verstecke sie sich. Ich glaube, wir haben Angst. Weil wir so haushoch führen. Und allgemein so skillig und gut sind. Bestimmt. Na, fuck. Habe ich dir noch voll geflasht ein paar Hitmarker zugeführt? Eingeführt quasi. Nein, hinlegen. Und warten, bis alles vorbei ist. Noll. Dann kommt er einfach Free Fire raus und killt mich damit. Einfach aus der Hüfte. Einen Kill vom fucking Warthog. Wo war der denn bitte? Oh, man. Leck mich doch einfach. Nee, jetzt nicht. Geht gerade nicht. Habe ich es gerade im Zeitplan nicht vorgesehen. Ist aber schade. Gell? Dabei gefällt es dir doch so. Auf jeden Fall. Hä? Wie, Sniper? Scheiß, Scheißdreck, Sniper. Ich wollte den Chick kommen. Komm her. Und damit der Sch... Oh, no. Ganz ruhig, Flo. Alles minderwertige Kreaturen. Komm schon. Spast. Versteckt der sich? Der hat Angst. Die sind alle deine Flüche gar nicht wert. Ja. Die sind es wert, dass ich mich darüber ausdecke. Das ist ja gerade geworfen. Ach so. Ein Trophy. Die Trophy sehen jetzt so komisch aus. Fein. Ja, die sahen cool aus in den MW3. Die haben sich nicht so komisch gedreht. War nicht so riesig, oder? Obwohl doch riesig war es eigentlich auch. Du hast dich halt aufgestellt, dann waren diese Dreifußteile. Ja. Hier, von so in deiner Mut. Natürlich tu das nicht. Nein, der soll in seiner Mutter sterben nicht. So, die sind befohlen, dann. So, komm, Popostöpsel, wenn jetzt... Oh, klasse. Der Popostöpsel geht nie dahin, wo er hin soll. Hat der uns gerade beide mit dem scheiß Ding weggefarmt? Ja, mit deiner diamantnen Rotfotze. Ja, ich guck schon gar nicht mehr. Ich mach schon Auto-F. Killcamps, weil der best keiner mehr braucht. Ne, was hab ich denn gerade einen Assist gemacht, oder einen Hitmarker gekriegt zumindest. Ah, jeh. Ay, caramba. Ay, caramba. Feindliche Drohne näher zu. So, hier muss doch, hier muss doch, hier kann doch, hier soll doch, äh, nee. Keiner. Ay, jeh, jeh. Er ist erledigt. Ah, Dr. Arthur Itis. Arthur Itis? Vorrechte unterwegs. Ah, Itis. Alturs. Ah. Dr. Arthur Arthur Cooler. Ab in den Urlaub. Okay, Dr. Arthur Cooler. Ich hab' mal wieder den Tag gerettet. Oh ja, oh ja. 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 Guck mal, ich hab 33 Kills, 32 Confirms. Schön, ich bin so stolz auf dich. Du hast 11 Kills, 8 Confirms. Ja. Das steht in keinem Verhältnis, du bist ein Kacklappen. Steht in keinem Verhältnis, das steht mit Sicherheit im Verhältnis zu lernen. Du hörst nun lang genug Mathevorlesungen, um das zu wissen. Leider. Ja. Ja. So, was mach ich denn raus, die PDW oder die MP? Ähm. MP. Warum? Kann ich grad die andere rausmachen. PDW ist Basht. Basht? Okay, ja. Oh, warte, unsere Gruppen wurden getrennt. Genös. F9. Benutzer ist ihrem Spiel bereits beigetreten. Und das Spiel macht gerade gar nichts mehr. Rufklatsche. Ah, jetzt. Die Party ist nicht länger aktiv. Ja, der packt ja immer so ein bisschen rum. Ähm. Freunde. Ähm. Laufender Sitzung. Los! Oh ne, geht's schon los? Ja. Ich hab die Chicom noch gar nicht freigeschaltet. Wie? Was willst du mit der Chicom? Äh, rumduben. Oh mein Gott. Chicom ist toll. Lass du nicht, die Waffe ist zu schwer für dich. Erst ab Select Fire ist die Spielbar. Naa, nix da. Du hast nur einen schnellen Zeigefinger. Jaja, genau. Bei deinem Aiming macht auch keinen Sinn. Schaden. Wo es drei Schuss ist. Ja, aber mein Aiming macht keine Waffe einen Schaden. Einen Schaden. Ja. Ja.